Seht auf! Was sehe ich? Was will ich sehen? Wovor verschließe ich meine Augen? Seht auf und erhebt eure Häupter. Brauche ich das? Will ich das? Hilft mir das etwas? Ich sehe einen Stern. Hirten, die Ärmsten der Armen, werden ihm folgen. Ich sehe Könige, die dem Stern folgen, die Reichen der Reichsten. Und du und ich? Folgen wir dem Stern auch? Machen wir uns auf den Weg? Lassen wir uns von Gott einladen?